Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Giant Hunt Video on Burudeng. Giant Hunt Nummer 17. Naja, wir gehen hier langsam in den hohen zweistelligen Bereich rein. Was mir absolut nicht taugt, aber kann man nicht ändern. Ja, jedenfalls, letztes Mal lief es zumindest nicht grottenschlecht. Ähm, dieses Mal wäre das Ziel, ich habe es gerade wieder gemerkt mit den Punkten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video mit der nächsten Giant Hunt auf Burudeng Coral Island. Ja, unser Ziel heute ist ganz klar, mindestens ein Pop-Up und mindestens ein Ori wäre cool. Naja, das Ori, wenn ich es nicht kriegen kann, naja. Weiter geht's mit einem Violet Naga. Der leider auch nichts droppt. Ja, aber Scherz beiseite. Also ich hätte heute dann wirklich schon gesagt, also ohne Ori Kalkum wäre es eine absolute Katastrophe, weil wir haben jetzt beide über 100 Violets und Giants getötet, ohne Ori, ohne Shining Ori, ohne irgendwas anderes außer Set-Teile und X-Product. Und das ist halt so ziemlich genau das Gegenteil von dem, wo ich hier angefangen habe. Ich meine, als ich hier angefangen habe, kam er eigentlich schon die ganze Zeit immer, also was heißt die ganze Zeit, aber da habe ich ja auch weniger Giants gekillt. Also ich habe es ja letztes Mal schon am Ende gesagt, je mehr ich töte, desto schlechter droppe ich gefühlt irgendwie. Also es ist schon ein bisschen blöd und heute wäre es echt cool, wenn da wieder ein bisschen was bergauf gehen würde. Also heute will ich echt wirklich ein Ori haben. Ich meine, natürlich, was soll ich machen, wenn ich keins drop? Ja, soll ich dann aufhören? Das, ja, sollte man wahrscheinlich, aber ja, das ist halt einfach schwierig. Ich meine, du hast keine wirkliche Konsequenz, ne? Wenn du einfach Pech hast, hast du Pech, da machst du nix. Aber blöd ist es halt natürlich trotzdem. Sehr entmutigend. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es heute besser läuft. Oh mein Gott, ich hatte mein, ach, ich hatte das falsche Pad draußen, lol. RIP. Aber an den Drops erinnert das natürlich so oder so nichts. Giant Naga. Uh, gefährlicher Giant Naga. Hast du einen Drop für uns? No. Nächster Giant Naga verrät uns seine innersten Geheimnisse. Oder ich schlitz dich auf, aber gut, das mache ich so oder so. Ah. Giant. Kingster. Violets, by the way, schwierig zu finden. Also sie sind wahrscheinlich gerade am Respawnen. Oder wer auch immer sie gekillt hat, hat sie nicht alle gekillt, sondern nur so sporadisch einmal durchgezogen auf dem Channel, auf dem er war oder so. Keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung. Aber könnte auch sein, dass die einfach gerade am Respawnen sind. Aber ich werde sie auf jeden Fall jetzt nicht alle auf einmal, also beim ersten Durchloggen töten können, weil sie einfach nicht da sind. Ja, das ist jetzt der dritte Violet, den ich gefunden habe, aber es hätte eigentlich müsste, äh, Mr., Nummer 6 sein müssen, quasi. Also wenn ich alle gefunden hätte, wäre das jetzt der sechste, aber es ist in fact erst der dritte, das meinte ich quasi. Aber der Vorteil ist halt, dann haben die länger Zeit zum Respawnen, während ich schon die anderen Giants töte, die dann wiederum Respawnen. Also so schlecht ist es vielleicht gar nicht. Okay, und damit haben wir tatsächlich den dritten, nicht den vierten, den dritten, ich hätte fast vierter gesagt, den dritten Violet-Kingster tatsächlich gefunden. Ich habe das Gefühl, irgendwie, ich weiß auch nicht, selbst wenn die Giant-Kingster gefarmt werden, dass die Leute immer den Violet vergessen. Vielleicht wissen die Leute einfach nicht, wo der überall spawnen kann, keine Ahnung. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Leute einfach faul sind und nicht alle Spots abchecken. Und wieder ein Giant-Kingster, so langsam darf dann auch das erste Pop-Up kommen, weil, äh, es soll nicht spannend werden, ne? Ich hasse es, wenn es spannend wird. Also nach den letzten Erfahrungen darf es gerne nicht spannend sein. Gar kein Bock mehr drauf. Jetzt droppen wir ein Orekalco mit Ansage, Baby. Nope. Trash. Nächster Giant-Naga is about to go down. Und keine Drops. Ja, wir sind schon wieder über zehn, schon wieder zweistellig. Bis jetzt noch nichts, es bleibt ruhig. Okay, unser zweiter Violet-Naga erst. Der hat wohl echt noch eine Weile zum Respawnen gebraucht. Aber hey, er kann sich alle Zeit der Welt nehmen, solange er was droppt. Und das macht er nicht. Stopp, der Verräter. Giant-King-Star. Mit... Oh, ich kann kommen. So. Direkt an der gleichen Stelle umgelockt. Nochmal. Boah. Der hat aus irgendeinem Grund noch tausend Schläge überlebt am Ende. Aber auch kein Drop. Giant-King. Back at it again. Ohne Drops. Unser dritter Violet-Naga. Also die müssen wirklich... Ja, kurz bevor ich angefangen habe, so 20, 30 Minuten davor müssen die erst gekillt worden sein. Weil zwei fehlen mir immer noch. Zwei Violets. Weiter geht's mit einem Giant-Naga. Feinstes Schlangenfleisch von den Spieß. Ohne Drops. Und der vierte und letzte Violet-Naga. Endlich. Hat fast eine Stunde gedauert, bis ich den gefunden, beziehungsweise bis er gespawnt ist. Ähm. Genau. Jetzt haben wir alle Violets getötet. Außer es fehlt immer noch einer. Unfassbar. Aber ja. Der Violet-Kingster auf Channel 3 fehlt tatsächlich noch. Der müsste noch respawnen. Ich erinnere sie. Werte Herrschaften. Werte Zuschauer. Wir sind immer noch droplos. Eine droplose Nacht. Und ein weiterer Giant-Kingster erliegt meinen Pfeilen. Erst die gute oder erst die schlechte Nachricht. Die gute. Letzter Violet gefunden. Acht von acht quasi. Die schlechte Nachricht. Dass ich ihn so viel später gefunden habe als die anderen. Das ist jetzt die Respawns natürlich. Also ich meine die Respawns sind ja immer ein bisschen versetzt. Beziehungsweise grundsätzlich natürlich versetzt. Wenn das nicht alle zeitgleich ist. Was ja unmöglich ist. Oder nicht innerhalb von fünf Minuten oder so. Oder in der gleichen Zeit, wo du halt umlockst und so weiter. Aber das sind jetzt halt über eine Stunde. Also das ist natürlich jetzt relativ blöd. Aber naja. Ein geschmeidiger, schlängliger Giant-Naga wartet auf uns. Was hat er im Gepäck? Nothing. Erster Giant-Dorian. Die anderen sind alle auf am Respawnen. Alle auf Cooldown. Erster Giant-Dorian. Nichts. Richtig bitter. Ich habe ihn wieder nicht rechtzeitig gefunden in Giant-Dorian. Wegen paar Sekunden. Es ist sich leider nicht ausgegangen. Ihn noch mit den gleichen Drops gehst zu kennen. Das ist nämlich echt immer schrecklich. Weil er kann wirklich überall sein. Dieser kleine Mistkerl. Und seine Drops. Die hat er auf jeden Fall vergessen. Und nächster Giant-Dorian. Und... Go. No Drop. Vierter und letzter Giant-Dorian. Bitte Drop irgendwas. Ouch. Und wieder zurück bei den schwachen Giants. Mr. Kingstar, der bestimmt schon lange sehnsüchtig auf mich gewartet hat. Aber nicht mit Drops. So. Giant-Naga auch wieder am Start. The myth, the legend, the Schlange. And with the Drop Skills. So. Lippin' Helmet. Endlich das Pop-Up. Let's go, baby. Und damit sind wir auch schon wieder im 30er-Bereich. Das hier ist Giant-Schrägstrich-Weihandle-Nummer 30. Und ja, gut. Wir haben jetzt ein Pop-Up bekommen. Also war ein Setter. Das war natürlich gerade sarkastisch oder ironisch gemeint. Also. Also ich meine, wenn schon Setterne kommen, dann könnte es halt auch mal was Gutes sein. Also ich meine, gut. Ich habe zwar schon alles Setterne. Tatsächlich. Mir fehlt ein einziges Setterne. Tatsächlich. Von den 150er-PVE-Sets. Und zwar die weiblichen Jester-Boots. Das ist das einzige Setter, was mir fehlt. Das habe ich natürlich noch nicht gedroppt. Dafür schon fünfmal. Lippin' Helm zum Beispiel. Lippin' Gaun. Das droppt alles zehnmal. Suits sind auch eigentlich niemals dabei. Also wenn da, könnt ihr wenigstens mal sowas droppen. Aber nee. Nee. Giant-Kingstar. Back at again, wie man so schön sagt. Und wieder Giant-Kingstar. Mit oder ohne Drops. Ohne, wie es so aussieht. So. Giant-Naga. Hast du was zu bieten? Oder bist du ein dreckiger Hater? Wieder mal Disconnect City hier. Beepost on Blade. Wobei es in dem Fall tatsächlich mal was anderes ist. Aber egal. Kein Drop. Das ist alles, was ich sehe. Ja, und jetzt hat eigentlich auch die Stunde geschlagen, wo die ersten Violets langsam zurückkehren sollten. So roundabout zwei Stunden her, als ich die ersten Violets getötet habe. Hoffen mal, dass sie wieder am Start sind. Und ich hatte recht. Erster Violet am Start. Ich meine, er wird wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger da sein. Und da ist unser erstes richtiges Pop-Up. Nachwartet. 36 Giants-Violets. Bro, what is happening, Alter? So, Violet Meryl. Ich habe ihn zufällig aus dem Augenwinkel erkannt. Ich dachte mir schon, hä? Das kann unmöglich Giant-Kingstar sein. Der spawnt da gar nicht. Und dann habe ich mich... Mal wieder daran erinnert, dass es auch noch andere Giants gibt, als die, die nur ich farme. Oder die ich immer nur farme. Aber ich meine, rein von der Level-Differenz und so lohnt es sich eigentlich nicht. Der einzige Giant, der mir noch... Also entweder drüber halt, so Oaken oder Kraken. Und ansonsten wäre es eigentlich nur noch Crapper, der noch halbwegs Sinn machen würde vom Level her. Weil er auf dem gleichen Level ist wie Kingstar. Aber er hat leider das gegenteilige Attribut. Deswegen mache ich den ja nicht, weil er Wasser ist. Er ist erstens extrem stark und zweitens Wasser. Und das bringt mir einfach nichts, weil ich habe Feuer auf dem Bogen. Und EleChange ist zu teuer. Alright. Giant Kingstar. Nach unserem Violet Meryl. Ohne Drop. Autsch. Und der zweite Violet, der gerespawned ist, sogar auf dem gleichen Channel. Dann kann ich den Channel direkt wieder abhaken. Und noch ein X-Product. Okay. Letztes Mal hatten wir drei X-Product. Das war jetzt heute das zweite. Und nice. Giant Naga überrascht uns auch mit einem Pop-Up. Come on, Baby. Du willst es doch auch. Come on. Nope. Leider will er das nicht. Okay. Nächster Giant Naga. Also ich meine, by the way, Zeit seit dem letzten Urikalkum, beziehungsweise Anzahl der Giants seit dem letzten Urikalkum, wir sind wahrscheinlich schon bei 150 oder kurz vor 150. Das nimmt wirklich langsam Ausmaße an, die ich nicht für möglich gehalten habe. Violet drei von acht. Von der zweiten Welle sozusagen. Oh, schade. Okay, Giant King. Er wurde nicht zum Star. Er wurde nicht zum Giant King Star. Okay. Violet Nummer vier von acht, der zweiten Welle, ist am Start. On a drop. Noch ein Giant Naga. Und Power-Ups abgelaufen, tatsächlich. It finally happened! Let's go, Baby! Let's go! Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, muss ich sagen. Ich muss ihn schnell einsammeln, weil es ist Channel 4 tatsächlich. Natürlich passiert das auf Channel 4. Oh, mein BP hat ihn eingesammelt. Aber wenn ich mir gerade so die Stats eingeguckt habe, die waren trash. 53 von 58 CD. 29 von 34. Oh, aber Wasserbombe 9, natürlich. Wasserbombe 9. Also die beiden relevanten Stats sind trash und die beiden nicht so relevanten sind saugut. Oh, da ist die erste Hernes-Waffe nach über 500 Giants definitiv. Ich kann nicht sagen, wie viele. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Erklärung, warum ich so lange keine Orikalkum mehr gedroppt habe. Die ganzen Orikalkum haben sich versammelt und in einen Knuckle of Hernes verwandelt. Der Giant Naga hat uns gerade das Geschenk überbreicht. Ein Doppelschlag, gab es das schon mal? Ein Doppelschlag innerhalb von ein paar Giants. Naja, jetzt mal nicht die Hoffnung in Hochkriegen, wie gesagt, wir haben wahrscheinlich über 500 getötet. Das heißt, wir müssen jetzt mindestens wahrscheinlich nochmal so viele töten, bevor man wieder davon reden kann. Also tatsächlich habe ich eigentlich nie wirklich davon geredet, ne? Also ich hätte eigentlich, also mein Ziel wäre jetzt eigentlich gewesen, also was ist mein Ziel? Mein Ziel wäre jetzt gewesen, noch ein paar 100 Giants nichts zu droppen. Kapper. Also das Ding wäre schon gewesen, jetzt so die nächsten Mal auf jeden Fall noch so abzuwarten und dann hätte ich vielleicht sogar evaluiert, ob sich das überhaupt noch rentiert, weil ich jetzt also dann keine Oris gedroppt hatte, habe. Aber ja, also bis zum FEC-Ende habe ich ja gesagt, mache ich es, wenn ich die Zeit habe, wenn sie es ergibt. und ja, ich meine, jetzt, sage ich mal, bin ich ja neu beflügelt worden, sozusagen. Ich meine, jetzt könnte man es auf jeden Fall vertreten, dass man weiter farmt und jetzt hat es sich, also jetzt sind einige, viele dieser Stunden auf jeden Fall wieder reingeholt. Ich weiß nicht, was der Nacke genau wert ist. Ich habe ihn letztens mal im Shop gesehen für 2,6. Da hatte der auch keine wirklich guten Rolls. Also ich schätze mal Minimum 2 Milliarden. Also hoffe ich auf jeden Fall. Gut, aber nur weil wir jetzt eine Waffe gedroppt haben, heißt es ja noch lange nicht, dass wir aufhören hier. Und Ohry Kalkum will ich trotzdem. Oh, Ohry Kalkum will ich trotzdem. Laila, wollte ich gerade sagen. Violetter King Star. Ja, ich dachte mir jetzt, nehme ich noch mal kurz die Gelegenheit und rede ein bisschen über den Drop. Ja, ich meine ein bisschen unlucky. Oh, bin ich in Reichweite zum Healen? What? Was ist das denn für ein Scam gewesen? Einmal ein bisschen unlucky ist halt das Knuckles und schlechte Rolls. Das ist halt was, worüber ich auch noch mal reden wollte in einem eigentlichen extra Video, aber auch nur hier kurz angeschnitten. Also es ist halt absurd, dass die Waffen so selten sind. Ich meine klar, es mit einem Rerolling existiert natürlich. Aber ich meine, dann freust du dich schon und dann direkt, also ich meine, es macht tausendprozentig jeder so. Also ich meine, außer es ist jetzt vielleicht die beste Waffe, was wahrscheinlich entweder Stick oder Axe ist, die noch mal wesentlich mehr wert sind, egal wie sie jetzt, was für Rolls sie jetzt haben. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, schon keine der Top 5 Waffen gedroppt hast und der Knuckle gehört leider tatsächlich nicht zu den Top 5, ist er einer der schlechteren. Also einer der Low 5 sozusagen. Und unabhängig davon guckst du aber immer erst mal auf die Rolls und freust dich dann noch mehr oder denkst du dir im gleichen Moment, ach man, Mist. Und das ist irgendwie auch so bescheuert, weißt du, da hast du schon so ultra seltene Waffen, die so ultra viel wert sein sollten. Ich meine, gut sind sie auch. Ich meine, selbst die schlechten Waffen sind unverhältnismäßig viel wert für das, was sie sind letztendlich aufgrund dieser Droprate. Also auch, wenn sie eben schlechte Rolls haben, was ja eigentlich dann nicht so gut ist. Und ja, aber es ist halt doch irgendwie so, ich weiß nicht, warum Flyve immer so bittersüß ist quasi so. Ja, es ist schwierig. Ich meine, natürlich, wenn du den Doppeljackpot hittest, du droppst die beste Waffe oder eine der besten Waffen und sie hat gute Rolls. Ich meine, klar, dann bist du komplett aus dem Häuschen. Aber wie gesagt, es gibt halt auch die andere Seite und wenn es dann nicht der Fall ist, dann bist du eben gar nicht aus dem Häuschen. Siebter Violet und vierter vier von vier Violet Kingstar, damit sind die wieder alle tot. Wir haben es nur noch der vierte Violet Naga und dann wären wir eigentlich so grob durch. Partypunkte sind auch leer. Wir sind auch, glaube ich, schon bei 48 Giants waren das jetzt. Ah, ne. 49. 49. Da ist er, der vierte und letzte Violet Naga. Violet 8 von 8. Damit werden wir jetzt offiziell eigentlich durch. Aber ich habe noch ein bisschen Powerups und ein paar Partypunkte sind auch noch übrig. Drehe nochmal ein paar Ründchen und guck, was noch da ist. Und da ist auch schon ein Schwerverbrecher, Mr. Giant Kingstar. Ori? Schade. Direkt nochmal Giant Kingstar. Musste nur umloggen, dann kam schon ein Bossmonster entdeckt. hat er was für uns? Der hat schon ewig nichts mehr für uns gehabt. Ich glaube, das letzte Mal war es ein Doppelschlag Set-Teiler, dass der was gedroppt hat. Das ist so komisch. Am Anfang hat er echt immer wieder was gedroppt und irgendwann hat er einfach aufgehört und seitdem droppt er nichts mehr. Der Sack. Ja, und damit endet unsere Giant-Folge. Das ist der letzte Giant, den ich heute töten werde. Und ja, nur um das nochmal klarzustellen, er hat sich jetzt vielleicht nicht so ultra dankbar angehört, ne? Aber ich muss dazu sagen, es ist ziemlich spät in der Nacht. Also ich meine, ich kann um 5 Uhr morgens jetzt auch nicht unbedingt rumschreien. Also kann ich ja nicht schon. Aber will ich vielleicht auch nicht unbedingt. Und ja, wie gesagt, also ich kann es einfach noch nicht einschätzen, ob das jetzt glückbar oder Pech. Also noch nicht so wirklich. Bisschen vielleicht. Aber ich höre halt echt so viele verschiedene Sachen von vielen verschiedenen Leuten. Also reingelackt, würde ich jetzt mal behaupten, war es definitiv eher nicht. Unlucky jetzt vielleicht auch nicht. Ich meine, ich kann jetzt die genaue Giant-Zahl nicht sagen. Müsste ich nachrechnen. Und ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Also so genau habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Deswegen habe ich ja auch immer die Titel geschrieben über 30, über 40. Nur in den Fällen, wo es halt eine neue Rekordzahl war, habe ich es mir halt einmal gemerkt fürs Video, für den Titel oder so. Aber das habe ich nicht jedes Mal gemacht und das sind irgendwo eingetragen. Letztendlich ist es ja auch egal. Also ich meine, ob du jetzt wirklich jedes Mal 44 tötest oder ob du einfach sagst 40 plus, spielt ja keine Rolle. Letztendlich. Man hat ein ungefähres Gefühl dafür, wie viel man getötet hat. Darum ging es mir. Und wie gesagt, das müssten jetzt definitiv über 500 gewesen sein. Um das mal so ungefähr einzukategorisieren. Also schon nicht wenig gewesen auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch nicht ultra viel. Keine Frage. Aber ja, mal gucken. Außerdem muss man auch wieder dazu sagen, das ist halt das Ding, ich erinnere euch gerne an die Red Meteo Zeit. Wenn du so eine extreme Dropflaute hast, also wirklich eine extreme Dropflaute. Und wir haben immer noch kein Ori Kalkum gedroppt. Wir haben immer noch kein fricking Ori Kalkum gedroppt. Wir nähern uns bei den 200 Giants ohne Ori Kalkum. Was zum Teufel ist denn da eigentlich los? Dann, sag ich mal, ist es umso schwieriger, sich über den nächsten Drop wirklich freuen zu können. Eben, weil du eigentlich schon so angefressen bist. Und ich meine, klar, wenn es dann ein Hauptgewinn ist, ist es natürlich trotzdem nice. Aber das ist auch immer so ein Ding. Also zumindest ich bin so. Ich meine, wenn ihr nicht so seid, schön für euch. Aber wenn ich in so einer absoluten Dropflaute drin stecke, dann ist es für mich umso schwieriger, den nächsten Drop gebührend zu feiern. Außer es ist halt wirklich der absolute Jackpot. Und wir reden hier von Stick of Harness, Eggs of Harness, Stuff. Und ich weiß halt leider, weil ich in letzter Zeit Shops of Boating durchgeguckt habe, dass der Nackel halt definitiv leider kein Hauptgewinn ist. Nichtsdestotrotz ist es cool, dass wir ihn gedroppt haben. Falls ihr ihn kaufen wollt, könnt ihr mich kontaktieren. Wobei zu dem Zeitpunkt, naja, wobei ich will ihn nicht verkaufen, sonst weiß ja jeder, dass ich ihn gedroppt habe. Ja, falls ihr ihn kaufen wollt, könnt ihr mir Bescheid sagen. Und ja, dann würde ich sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Fly of Universe Video wieder. Bis dahin, macht's Zuschauen und ciao, ciao.